Ja, da ist er wieder. Oh, da bist du ja. Völliges Internet war weg. Völliges Blackout. Ja, ich glaube, das lag an dir. Das lag an der Telekom-Connection-Error. Einfach keine Verbindung da gewesen. Egal, wir machen weiter. Wie weit hast du mich denn noch gehört? Ich habe dich gehört, dass du gesagt hast, Seepuik kannst du nicht rausnehmen, weil er halt zu wichtig ist, weil er die Läufe macht. Und ich finde halt auch, dass er auch für die Mannschaft einfach zu wichtig ist, weil er halt auch diese Einstellung mitbringt, da alles reinzuwerfen. Ich würde ihn auch auf jeden Fall nicht rausnehmen. Kämpferisch einfach zu stark. Und genau dieser Einsatz nach hinten, selbst er geht mit nach vorne, aber diese Läufe nach hinten, alles zu geben, da reinzusteigen, ich würde ihn auch nicht rausnehmen. Insofern ist es eigentlich relativ sicher, finde ich, dass Karbovnik auch wieder hier spielen wird. Ich glaube nicht, dass er da was dran ändern wird. Und Cousins, also man könnte Cousins natürlich reinziehen und dann müsstest du bei Karbovnik rauslassen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Heißt ich für möglich. Und ich glaube auch, dass er irgendeine, zwei Veränderungen wird er vornehmen. Meinst du denn? Also, weil es ist ja immer noch Cesar in der Pipeline. Er soll, aber der wird eingewechselt werden, oder? Den wird er nicht von Anfang an spielen lassen. Genau. Davon gehe ich ganz fest aus. Deswegen würde ich sagen, Karbovnik beginnt und dann wird er Cesar reinwerfen, Karbovnik auswechseln. Achso, was ich dich schon fragen wollte, gibt es irgendeinen Running Gag mit Feliz? Ja, ja, ja. Mit wem? Weil ganz viele Kommentare zum Anfang des Chats waren mit Feliz. Aber hat nichts, weißt du nichts von. Weiß ich nicht von. Okay. Werde denke, dass du irgendeinen Running Gag habt, den ich jetzt nicht schon habe. Also, ja, ich bin sicher, Cefuik wird links hinten spielen, weil er Defiziten auf sich schon braucht, damit Kenny wieder den Offensivvorgängen machen kann. Dass diese, das Prinzip, zieh mal kurz Kenny ein Stück nach vorne, bitte. Nur mal kurz zur Erklärung. Ja, also, wir können es auch so machen, dass wir sagen, Kenny. Nee, nur kurz, genau, genau, genau. Na, wird mit nach vorne laufen wieder. Und dann ziehen sich halt Gechter, Martin und Cefuik zur Dreierkette zurecht. Mhm. Wobei dann eben, genau, wobei dann eben, ähm, Cefuik für die Tiefenläufe zuständig ist und Dada und Grechter fürs Erste gegen Pressing, den Fehler wieder auszubügeln. Ja. So, so ist im Prinzip die Funktion gegen offensiv starke Mannschaften. Du willst ja früh pressen, du willst hoch anlaufen und dann ist halt die Gefahr immer da, dass du dann mit einem schnellen Ball durch die Linie durchkommst und das versucht dann, versucht man zu vermeiden mit Cefuik, der den Ball ablaufen soll. Und um nicht an die Verwirrung, äh, wieder mal, ähm, vollendet zu machen, werden die wahrscheinlich auch wieder wechseln, wie sie wollen, um halt auch ein bisschen zu verwirren, ne, dass die die Position wechseln, damit es ein bisschen schwerer ausrechenbar ist. Ähm, die Neuter haben sie aber nicht gewechselt, äh, in Neuterland ist ja, äh, Maser mehr als, als hängende Spitze nach vorne gegangen und Kabotnik und Kuisons haben Achter gespielt und Cefuik, äh, Kenny war der rechts außen gewesen. Genau, Kuisons ist dann auch nach hier gegangen, ne, Maser dann nach vorne mit. Nach vorne, genau. Dieser Pfeil ist leider zu kurz. Was ja aber geil ist halt, das ist ja die Stärke an diesem, an, 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 an den Spielern, die wir haben, dass die das halt einfach im Spiel auch machen können, ohne dass sie sture ihre Position halten. Ähm, also, das ist halt für jede Mannschaft, glaube ich, dann schwer, ähm, da dann irgendwie einen Spieler fest zuzuordnen, weil dann werden natürlich Löcher gerissen. Ähm, Cousons ist natürlich eigentlich die, eine größere Waffe, wenn er hier für Kabotnik spielen würde und wir hätten jetzt hier... Aber macht er ja. Macht er ja. Damit dass Kenny halt so offensiv ist, äh, zieht er ja eh nach innen. also zentral rein. Du könntest ja auch Kabotnik gleich draußen lassen, er setzt Cousons nach hier und setzt dann Winkler nach rechts. Könntest du ja auch machen. Könnte aber machen, ja. Winkler auch schnell, aber war im letzten Spiel einfach auch nicht überzeugend, muss man sagen. Im vorletzten. Oder meinst du, lautern die, die 20 Minuten? 20 Minuten und das davor, das war ja nichts gegen Regensburg. Gut. Wir haben ja noch, um den Verhältnissen, fehlt ja noch einer. Fehlt noch einer, genau, ja. Und das ist jetzt, und das ist halt, äh, auch eine gute Frage. Äh, Thor Steinsohn, ne, eingewechselt worden. Gibt er ihm jetzt praktisch die, die Startelf? Oder, weil eigentlich muss man ja auch sagen, dass, äh, Derry eigentlich immer besser in die Mannschaft kommt, finde ich, von der, die Leistung stimmt total, der Willen stimmt. Äh, es wäre auch ein bisschen unfair, ihn rauszunehmen, oder? Ja, also, ja, du hast recht, es wäre unfair, ihn rauszunehmen, deswegen wird er wahrscheinlich auch anfangen. Ich glaube, du musstest als Trainer warten, dass er kein gutes Spiel macht und der Eingewechselte, sprich Thor Steinsohn, ein gutes Spiel macht, um dann den Tausch vorzunehmen. Ich glaube, dass Thor Steinsohn da mehr bringt, deswegen haben wir ihn hier geholt für den linken Flügel, ähm, dass er der Bessere linksaußen ist. Ja. Und deswegen hatte ich vorhin auch die Idee gehabt, äh, den Schuhler nicht aufzustellen, sondern, äh, Derry vorne in den Sturm zu stellen, zum Beispiel. Aber kannst du das machen, aber kannst du das machen, wenn einer zwei Jahre getroffen hat und auch eigentlich ja, der ist der, ja, jetzt, der hat jetzt Selbstbewusstsein, das ist ja eigentlich nicht erklärbar, also ich glaube nicht, dass er es machen wird. Ich glaube schon, dass er, ähm, deswegen, er kann es ja auch immer noch begründen, er kann ja auch sagen, ey, Torsteinsen ist noch nicht lange da, äh, da kann er auch immer noch sagen, ey, ja, du musst erst mal ein bisschen reinkommen, irgendwie mehr Praxis, du wirst eingewechselt. Kann ich mir nicht vorstellen, obwohl es wahrscheinlich, da hast du völlig recht, die bessere, die bessere, ähm, ja, der bessere Linksaußen wäre oder, oder, ähm, ja, Linksaußen wäre, ist jetzt ein bisschen die Frage, ne, weil eigentlich müsste man ja sagen, ey, der Bessere soll spielen und eigentlich, musst du aber das zusehen, der wird, äh, zwei Länderspiele gemacht haben. Ja. Bis Sonntag. Ähm, dadurch hast du wahrscheinlich noch einen Grund mehr, äh, Derry aufzustellen und ihn in den letzten 20 Minuten zu bringen, halbe Stunde, wie auch immer du es brauchst. Ja, ich hier auch so, dass Derry spielt und, ähm, Und Derry war stark. Ich meine, Derry war stark und ich meine, man muss ja auch sagen, dass wir das immer gewollt haben, ne, Derry, auch die ersten Spiele hat er genau so gespielt, wie wir ihn kennen, so Unsicherheit, hat nicht geguckt, äh, hat dann selbst mit sich schon gehadert, weil er irgendwie drei, vier, fünf Bälle irgendwie ins Ausgehen lassen hat, sich selbst irgendwie verdribbelt hat, aber die letzten zwei Spiele waren vom Einsatz top und, äh, gegen Lautern, da kann man auch sagen, abschlusstechnisch auch, hat er jeden Abschluss gesucht irgendwie, ähm, ich würde ihn auch bringen, weil warum sollst du das machen, ein Spieler, der jetzt gerade in Form kommt, jetzt rauszunehmen, wäre ja dumm eigentlich. Wir kommen langsam halt, wir kommen langsam in dieses Luxusproblem natürlich rein. Was machst du, ne? Also ich meine, wenn du jetzt stark Spieler hast, einen Tor Steinzen, der für die Position gekommen ist, dann hast du, wenn der Cesar jetzt richtig fit ist, dann kriegst du natürlich langsam ein Problem, aber ich sehe das im Endeffekt auch so, du musst dann auch einen Grund haben, den einzuwechseln, sei es eine schlechte Leistung oder eine Verletzung, jetzt ohne Grund, Leute, die jetzt eigentlich gut drauf sind, rauszunehmen, ich weiß nicht, dann würdest du wahrscheinlich auch in der Mannschaft die Stimmung irgendwie, glaube ich, killen, so. Du musst sie motivieren können, das ist richtig, ja. Mit der Begründung, dass Thorstein jetzt zwei Spiele bei der Nationalschaft gebracht hat, sprich, für Derry bin ich auch bei dir, das Problem ist, du musst halt, also bis jetzt hat an jedem Spiel irgendwas geändert, was vorher nicht war. Wir haben jetzt die gleiche Ausstellung wie gegen Gautern. und das glaube ich ihm nicht. Deswegen meinte ich ja, ich bin mir eigentlich sicher, wir spielen mit der gleichen, aber dann sag doch mal dein Gefühl, wenn du sagst, er wird was ändern, was wäre denn dein Gefühl, wer wird denn dann draußen sein? Glaubst du, er lässt Schula raus? Nein, alles so wie es jetzt darstellt, ist die wahrscheinlichste Variante. Aber ich bin mir sicher, ich glaube fest, dass er irgendwas davon eben nicht machen wird, um halt einen Überraschungsmoment zu haben. Und es könnte für mich eigentlich die Variante Gächter aus Clemens rein sein, es könnte die Variante sein Kalbovnik raus und warum nicht auch Thorstein zu auf der Acht bringen erstmal. Wäre eine Möglichkeit, Cuisance auf die Acht und rechts wieder Winkler rein, weil du halt in Düsseldorf eine spieloffensivere Mannschaft hast. Ah, das glaube ich. Cuisance ist zu stark. Der ist zu stark. Nee, Cuisance auf die Acht und Kalbovnik raus. Ach so, ja. Das wäre so das Einzige, wo ich auch denken würde, das könntest du machen. Kalbovnik war viel besser und hat es gut gemacht. Aber ich fände, das wäre die einzige Begründung, weil Kalbovnik auch eigentlich als linker Verteidiger geholt wurde und du hast halt sehr viele, also du hast halt ein starkes Mittelfeld mit den Spielern. Cuisance eigentlich Position ist sicherlich nicht hier rechts außen. Das könntest du im Endeffekt ja auch sogar noch vertreten, finde ich. Also ich finde jetzt Kalbovnik nicht so im Team, dass du jetzt sagen müsstest, ey, den kannst du nicht rausnehmen. Also das wäre die einzige Position, wo ich denken würde, das könntest du auch durchaus machen, dass du einfach sagst, ey, pass mal auf, Cuisance ist einfach auf der Position besser und du musst auf deine Chance warten. Vielleicht kommst du rein für Seefurig links, weißt du, setz dich erstmal auf die Bank. Das könnte ich mir schon vorstellen. Wenn Seefurig eine gelbe zieht, relativ früh, hast du da einen Spieler, der auf links sehr gut spielt, auch gut mit nach vorne zieht. Dann hättest du nämlich genau das gleiche wie Kenny hier, dass du dann auf der linken Seite auch einen hast, der auch hier die Wege gerne macht und auch eigentlich gut nach vorne spielt. Bei Kalbovnik finde ich halt oft so, dass er das sehr gut macht, bis er hier in der Region ist und dann macht er halt oft leider das Falsche, finde ich, sodass er dann irgendwie die falsche Idee hat und der Ball ist weg. Ich finde, dass es super gut aussieht. Er läuft teilweise sehr gut nach vorne und dann macht er aber irgendwie die falsche Anspielstation. Das war schon super oft, so ich denke, ey, der macht so einen Aufwand und dann so dieser letzte, der letzte Pass in den Elfer rein oder auch selbst den Abschluss suchen, das war bisher sehr selten so, aber das wäre eine Option, die ich mir auch vorstellen könnte, dass er ihn rausnimmt und Cousins dafür auf der Kalbovnik-Position spielt. Aber dann ist die Frage, Winkler war halt überhaupt nicht überzeugend, willst du Winkler jetzt auf rechts haben? Ne, im Prinzip ist Düsseldorf genau der Gegner, wo du Winkler aufstellen könntest aufgrund der Schnelligkeit. Du hast halt Düsseldorf, die auch versuchen, während des Spiels zu machen, die Spielkontrolle haben wollen und dann kannst du diesen Gegenstieg schnell machen und dann brauchst du diesen schnellen Außen. Dann ist Winkler wieder der Richtige. Für mich ist Winkler der klassische auch rechts außen, wenn du führst, wenn du Kontraffierst oder wenn du halt gegen Mannschaften spielst, die halt spielstärker sind als du. Und da könnte ich Düsseldorf dazuziehen. Ja, und das sieht eigentlich auch gut aus. Er ist super schnell. Du hättest dann mit Schernd auf der Seite und Winkler auf der Seite eigentlich zwei. Schernd ist ja auch schnell. Also, ja. Und da kannst du reagieren. Du kannst ja dann auch wechseln. Wenn Schernd keinen guten Tag hat, bringst du Thor Steinstein für Schernd rein. Genau gleich, wenn Schula keinen guten Tag hat, bringst du Thor Steinstein rein und bringst dann Schernd nach vorne und Thor Steinstein auf links. Genau. Du kannst ja dann individuell reagieren und wenn du halt ein Füro gehst. Und Karbovnik wirklich eine sehr gute Alternative für Seefug, wenn er halt... Finde ich nicht, weil er zu langsam ist. Du brauchst Seefug wegen der Schnelligkeit. Ich finde ihn gar nicht so, ich finde ihn gar nicht so langsam. Er ist bloß alleine, ich finde ihn schon von der, von der Körpersprache ist er halt so ein Typ, wo man nie das Gefühl hat, so einer, der so alles reinwirft. Und das bringt halt Seefug mit. Seefug ist, finde ich, stark in, in seinem, in seinen Läufen nach vorne und nach hinten und vom Einsatz her. Ich finde, deswegen ist er halt so, super wichtig für uns. Wenn er nicht da ist, fehlt halt so ein, so eine Power und man hat das bei uns ja gesehen, dass alleine so dieser Einsatzwille von Seefug, glaube ich, auch für den Rest einfach super, super wichtig ist. Zu sehen so, okay, wir hauen jetzt hier alles rein und Karbovnik ist immer so, dass er so, ja, hm, das ist das, was bei ihm ja auch so ein bisschen, was mich so ein bisschen nervt. Ich finde ihn auch nicht langsam, er ist ein schneller Spieler. Ich habe heute gerade eine Statistik gesehen, zufällig, was glaubst du denn, wer bis jetzt, wir haben nur vier Spielertage gespielt, der bis jetzt der schnellste Spieler der Liga war, der zweiten Liga, jetzt bei uns. Winkler. Also, jetzt nicht bei uns, sondern in der gesamten zweiten Liga, Winkler, hast du recht, Winkler ist der schnellste Spieler bisher an den vier Spieltagen, weißt du, wer der zweitschnellste war? In der Liga oder bei uns? In der kompletten zweiten Bundesliga. Der schnellste Spieler ist Martin Winkler. Na, wenn du mich so fragst, dann wird es wohl Deju sein. Das ist richtig. Deju Seifug ist der zweitschnellste Spieler in erst vier Spieltagen gespielt in der alten Liga und ist lauter rund warum er da... Weil er einfach ein völlig verrücktes Schwein ist. Das ist der geilste Typ, ich finde auch wirklich so, ich habe früher ja oft gesagt, so ey, der ist einfach, der ist geil, aber der ist so ein Unsicherheitsfaktor. Er ist der Flipper, der unberechenbar ist und das hat er eigentlich, finde ich, so auch abgelegt. So, er ist halt... Bis jetzt, ja. Muss man sagen, also wirklich super gut drauf und ich würde ihn immer bringen, solange er fit ist und dieses Leistungslevel hat und er ist halt wirklich so, was ich jetzt ja schon zweimal gesagt habe, er ist halt einfach natürlich immer gut, eine Karte zu kassieren und dann, ja, dann musst du ihn halt wechseln. Kannst du aber nicht. Nicht, wenn du mit Darder und mit Echter in die V spielst. Du kannst Zivult nicht rausnehmen. Muss ja. Das ist ja auch der Punkt. Wenn er eine gelbe kassiert, eine früher, dann musst du ihn ja rausnehmen. Dann musst du Winkler auf die LV umlernen. Gehe eine Mannschaft, die Gegenpressing, die hohe Pressing betreibt, wie Düsseldorf, musst du mit Zivult links hinten spielen. Okay. Ja, es ist schwierig. Aber anders würde es nicht funktionieren. Aber ich finde die Aufstellung so, finde ich auch jetzt nicht so unwahrscheinlich, muss ich sagen. Wenn ich es mir so angucke, ich könnte es mir gut vorstellen, auch, dass man sagt, so Cousins ist einfach zu stark. Der ist halt auf der Position, auf der Acht einfach so, technisch so stark. Gerade gegen Düsseldorf. Ich könnte es mir auch vorstellen, dass man so spielt, dass man sagt, okay, den brauchen wir da. Und Karbovnik muss halt weichen. Es spricht halt so ein bisschen dagegen, never change a winning team. Die haben es halt gut gemacht. Du hast eigentlich keinen Grund jetzt dafür. Also, das ist ja so die alte, ja, vielleicht auch PAL-Einstellung. Ich weiß nicht, wie Fjello da ist, ob der sagt, ist mir egal, ich mache das trotzdem. Ich glaube eher, dass er diesen Überraschungsmoment bei sich haben möchte. Und deswegen glaube ich, dass er mindestens einen Wechsel vornehmen wird, im Vergleich zu dort dann. Aber die Varianten sind vielfältig, das ist richtig. Ikke schreibt gerade, er hat sich gerade die Aufstellung angeguckt, dass nicht ein Spieler, der bei uns in der ersten Elf spielen würde, die packen wir. Kurs geht raus. Düsseldorf? Ja, Düsseldorf. Schön wär's. Ja, die sind aber schon stark. Ich habe die ja auch in meinem Tipp, hatte ich die ja auch als ganz vorne genannt, weil ich glaube einfach dieses, wenn die gut starten, dass ich glaube, dass du so unglücklich die Reli abgegeben hast, das kann halt genau so sein, dass du halt sagst, Alter, jetzt wir machen das nochmal, die Mannschaft gut, die haben einen sehr starken Spieler verloren, aber ansonsten sind die zusammengeblieben, die haben einen guten Trainer und das kann halt auch genau das Gegenteil bewirken, dass die sagen, wir ziehen jetzt durch und die sind jetzt stark gestartet. gestartet. Ich halte die Schuhen für sehr, sehr stark und ich glaube, dass Düsseldorf auch bis zum Ende vorne bleiben wird. Also jetzt nicht Erster, das weiß man nicht, aber ich glaube, dass das halt auch als Mannschaft sehr viel bringen kann, wenn du jetzt gut startest und sagst, ey, es war so knapp, also die muss man auf jeden Fall krass auf dem Zettel haben. deswegen, ja, also ich sehe es nicht so, ich sehe es nicht so, dass die jetzt in allen Elfpositionen schwächer besetzt sind. Das sagen wir ja immer, ich sage das, jedes Jahr sage ich so, Alter, unsere Mannschaft ist so stark, wir müssen eigentlich europäisch spielen und dann klappt das irgendwie nicht, aber klar, wenn man jetzt so, wenn man die Spieler sieht, könnte man sagen, okay, Winkler und Derry, die sind jetzt, finde ich, die müssen jetzt erst noch beweisen, dass die halt wirklich durchgehend richtig geil werden. Winkler auf jeden Fall das Potenzial, Derry muss das halt noch nachweisen, wenn wir, wenn Reze zurückkommt, ist uns jedem klar, dass er da spielen wird und ja, auf der rechten Seite, da ist halt wirklich die Frage, Winkler muss im Endeffekt performen, weil wir haben natürlich noch Palco, ne, aber der mir auf der Acht auch besser gefällt als als auf der rechten Seite, ja, aber ansonsten kannst du ja auch rechts, auch kannst du ja auch rechts links aufstellen, Thorstein, der kann ja auch rechts spielen, kann der, kann der auch rechts spielen, also Hauptposition ist links außen und Nebenposition auch in diesem Mittelfeld und rechts außen. Okay, wo packen wir denn den Sasser rein? Erstmal gar nicht von Beginn an, ich hatte neulich gehört, dass er sich tatsächlich mehr als Sechser sieht, aber auch Achter, ich, für mich sind Maser und Coussons, also jetzt mittelfristig, wenn alle jetzt fit wären, sind für mich Maser und Coussons auf der Doppelacht fix. Ja, aber Demma ist auf der Sechs auf jeden Fall auch gesetzt. Ja, aber da könnte ich mir vielleicht einen Sasser, ich kenne ihn noch nicht so gut, um sie beurteilen zu können, die paar Trainingsanheiten und die paar Testspiele, die ich gesehen habe, waren jetzt noch nicht so aussagekräftig. Ich weiß nicht, ob das alleine der Sechser funktionieren könnte, aber er kann auch rechts außen spielen. Ich glaube, den musst du heute einfach auf den Platz bringen, weil seine größte Stärke sind die Standards. Die brauchen wir dringendst und deswegen musst du auf den Platz. Ja, vielleicht tatsächlich als für Winkler, also mittelfristig, dass du deinen Winkler rechts hast und links einen Reser hast oder eben, und da sind wir wieder bei meiner These, für Maser auf die Acht und Maser nach vorne. Das sagst du ja die ganze Zeit, dass er dann praktisch die Schuler-Position spielt. Ja. Ja, viele Optionen, was ja gut ist. Auf jeden Fall. Rechts ist halt wirklich so die Sache. Hier, Toffelmilch schreibt es gerade so. Derry könnte ja auch auf rechts spielen, könnten auch tauschen. Ich sehe Derry eigentlich vorne drin. Ja, ist eigentlich auch seine Position. Er ist Mittelstürmer, finde ich auch. Er hat es jetzt gut gemacht, finde ich. Aber eigentlich ist er, ja, da haben wir jetzt natürlich wirklich auch, weil Flo auch gut gespielt hat oder wenn er gespielt hat, ja auch getroffen hat. Er ist natürlich auch ein Kandidat, den du dann vorne reinwerfen kannst nach 60 Minuten. Das wird er wahrscheinlich auch machen, denke ich mal wieder. ihn reinwerfen, wenn Schula ein bisschen platt ist. Aber das ist, ist ja gut, dass wir da jetzt so eine Option haben. Ich finde es eher, eher schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Demmer auf der 6 nicht spielt. Wenn er nicht verletzt ist, wird er durchspielen, bin ich mir sicher. Das kannst du nicht vorstellen. Okay, ja. Gut. Aber der war ja letztes Spiel auch eher okay, wenn überhaupt. Ja, aber der ist halt der Erfahrene, deswegen wollen sie ihn, glaube ich, auch drin haben. Es ist krass. Cesar, alle halten ja super viel von ihm. Ich kann ihn auch jetzt nicht so krass beurteilen, dass ich jetzt sagen würde, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass Demmer aus dem System rausgeht. Dafür ist der auch, wir haben zu wenig erfahrene Spieler. Der ist halt auch wichtig, alleine so, um auch das Spiel mal ein bisschen ruhiger zu machen, die Bälle zu verteilen, irgendwie. Ich kann mich nicht vorstellen, dass wir den rausnehmen. Ich weiß nicht, ob Cesar nicht auch auf der Winkler-Position spielen kann, oder man hat ja gesagt, dass der auch auf dem Flügel spielen könnte. Aber auch nur rechts, nicht links, weil der okay ist bei uns. Links sind wir ja gerade mittelfristig genug besetzt. Ja, das wird spannend, aber das könnte auch sein, dass man Winkler anfangen lässt und dass man ihm dann auf rechts die Minuten gibt und ihn da erstmal einwechselt. Ich glaube, wenn du diesen Teil, den wir gerade aufgenommen haben, die letzten 20 Minuten, wenn du den mal im halben Jahr an der Rückrunde gucken würdest, wie wir über die Mannschaft philosophieren und denken, du wirst sehen, wir werden uns bei so vielen Punkten getäuscht haben, da werden nachher Leute plötzlich spielen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, auf der Position oder eben Leute eben nicht spielen, das wird spannend. Also das ist so eine Momentaufnahme, jeder spielt hat seine Phasen und wer weiß, vielleicht wird ein Maser schlecht zum Beispiel oder sitzt er plötzlich auf der Bank oder vielleicht hat ein Leisner einen zweiten Frühling Sachen, womit wir jetzt überhaupt nicht rechnen, die dann plötzlich eintreten und dann völlig klar ist, dass er irgendwann ein Leisner spielt oder ein Maser nicht spielt. Ich habe aus Absicht jetzt zwei fiktive Beispiele genommen, die für mich gerade sehr unwahrscheinlich sind, aber im halben Jahr vielleicht die die normalsten Sachen in der Welt sind. Lass uns mal den Spaß machen, nach dem vierten Spieltag der Rückrunde das alles nochmal angucken, was wir heute gesagt haben, so einen kleinen Re-Life zu machen oder eine Reaction auf uns selbst. Eine Reaction auf uns selbst, das ist eine geile Idee, die abgehobenen Narzissen, das ist eine geile Idee, das machen wir, ey. Also, jetzt hier Cousins, Karbovnik raus, eventuell Gechter raus, Clemens dafür rein, das sind die Optionen, ansonsten wird es wahrscheinlich so aussehen. Ich kann allerdings Clemens rein, das spricht halt auch, du musst ja gucken, dass du dich jetzt eigentlich für eine Innenverteidigung so ein bisschen entscheidest und die spielen lässt, damit die zusammen sicher werden, auch mit Ernst zusammen sicher werden. Da musst du dich jetzt dann schon wahrscheinlich relativ schnell entscheiden, gerade wenn Brooks jetzt vier bis sechs Wochen ausfällt, ist es, glaube ich, super wichtig, dass du dann, wenn du jetzt mit zwei Jungen spielst, dass du die dann auch spielen lässt. Also, klar, du musst damit rechnen, dass vielleicht mal ein Klops drin ist. Ich fand Clemens super sicher, ganze letzte Saison. Ja, könnte auch so sein. Ich sehe tatsächlich eigentlich auch einen Clemens auch vor Gächter, eigentlich. Aber er war halt in der Vorbereitung sehr stark gewesen und Clemens war verletzt oder angeschlagen und dann hat er die Chance genutzt. Ich bin super gespannt, ob du recht behältst damit, dass da Leute reinkommen, die wir noch gar nicht sehen. Ich bin auch mega gespannt, und ich bin auch mega, mega gespannt, wie es denn mit Fabi Rehse überhaupt aussieht, wie da der Plan ist, wann du ihn wieder erstmal ins Mannschaftstraining reinnimmst. Man sieht jetzt ja Bilder, er ist ja, er springt jetzt ja schon irgendwie rum in den Insta-Reels mit seiner Freundin irgendwie und tanzt so und man denkt so, eigentlich so von den Knochen her scheint es ja wieder gut zu sein. Also man hat eigentlich so ein bisschen das Gefühl, so lange dauert es vielleicht ja gar nicht mehr. Hast du da irgendeine, irgendeine Wasserstandsmeldung? Na, er war doch, letzte Woche Mittwoch hat er dieses Treffen im Park gemacht. Genau, am Lietzensee. Warst du da? Ne. Wie sollte ich das machen, ey? Einfach hinfahren. Ja, dazu ist bei mir gerade, also, wie gesagt, zwei kleine Kids, Kita-Eingewöhnung und eine Mutter im Krankenhaus, da ist momentan bei mir wirklich richtig Land unter. Ich würde gerne, aber es ist sehr schwierig gerade Zeit zu finden. Aber ich wäre gerne da gewesen, weil er ein geiler Typ ist. Warst du da? Nein, ich war beim ersten Spiel der Hertha-BC-Freizeitmannschaft im Pokal. Die haben ja eine neue Freizeitmannschaft gegründet, so ein bisschen von der Geschäftsstelle aus. Warum spielen wir da nicht mit? Weil wir nicht angeschaut bei Hertha sind. Aber quasi ja schon, als die geilste, eigentlich die geilste, die geilste, der geilste Stream im Netz über Hertha. Ey, überhaupt, wie viele Podcasts gibt es denn mittlerweile? Wie viele Podcasts da gibt es denn, die Hertha-Content machen? Das haben wir ja extrem überrascht. Ich habe neulich bei Spotify das mal eingegeben, da gibt es ja mittlerweile zehn, elf Podcasts über Hertha. Guck, ich kenne nur Hertha-Base und wie heißen die? Vorwärts-Westland kenne ich noch. Die habe ich auch gesehen, ja, da gab es richtig viele, musst du mal eingeben. Ist cool. Aber der beste ist ja meines Erachtens, wie hieß denn der? Biene-Ritter-Bär logisch ist der beste. Ja, das ist der zweitbeste. Ich kenne eine Strickloge, die haben halt sehr guten Content, weil die halt so alle möglichen Podcast? Der macht auch Podcast jetzt. Ehrlich? Ja, 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 ja. Das ist nur jetzt immer schwer, ich muss mal gucken, dass ich die Audios, ich muss die immer bearbeiten dann, weil ich die Spuren einzeln kriege, dann heißt das, ich muss das immer an mein Studio anschließen und dann nochmal wegbouncen. Das muss ja eine Einstellung geben, dass ich einfach so einen Mixdown kriege vom Audio und dann geht das auch auf Spotify. Und welchen Content willst du da machen? Naja, unseren Content, Digga. Okay. Mit Saga oder? Nee, wir, Tom, alles, alles wird rausgeblasen. Paff! Okay. Oh, guck mal, Henry, oh, ja, müssen wir vielleicht auch, genau, vielleicht auch Bitcoin aktuell. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Was ist denn hier wieder für ein, für ein Aufruhr? Was hat er ge... Was hat denn Sunday Records da geschrieben? Team Scored 100? Sieg gegen den Kölner? Was? Für einen Sieg gegen den Kölner? Kölner Vorstadt, Düsseldorf. Ah, da unten geht es weiter, okay, Vorstadtclub, ja, jetzt traf ich es. Ja, okay. Das Beste an Düsseldorf ist die Straße nach Köln, sagt man so. Thor Hertha hat gerade... So schlecht ist Düsseldorf gar nicht, ich bin da immer auf der Boot, muss ich sagen, hier auf dieser Reihe, Boots- und Tauchmesse. und da die Altstadt ist schon ziemlich geil, muss man sagen. Ist natürlich alles klein, so, aber ich finde das ziemlich witzig. Ich finde es ziemlich witzig. Ich habe mal eine Frage an Thor Hertha. Er hat geschrieben, Nummer 1, Strickloche, Top, Meppi, der Herthaner, Geek, Hertha-Base, Flumi, Hammer-Graphics. Gibt es einen Grund, um Hammer-Graphics auf dem letzten Platz zwei gesandet? Das wäre gut zu sehen. Aber wo Flumi? Also ich finde, der Hammer macht das ja super, aber der ist ja jetzt eigentlich, der macht ja eigentlich eher Vlogs, den kannst du da ja, finde ich nicht... Vlogs? Vlogs? Für die Papiere? Vlogs, der wird eingefloggt, der Alte, der macht ja eher so, ich finde, der macht so, ähm, wie kann man das denn nennen? Stimmung, äh, Stimmungsaufnahmen der vergangenen Spieler. Ja, und der Quatsch, der Quatsch ja nicht so dumm rum, sondern, äh, der macht ja eher Bilder, deswegen, den sehe ich eher so als Nachbetrachtung, wenn du da denkst, ach, war das schön, dann schaust du dir so einen Vlog von, von Hammer an und denkst so, ach Gott, war das schön. Und hat er das auch wieder schön gemacht mit den Überblendungen und sowas, aber der ist ja nun keine, keine, keine Quatschblase, sage ich mal, Base. Quatschblase ist aber auch geil. Ähm. Apropos Flumi, ich habe Flumi übrigens trocken am, äh, beim Frauenspiel, das erste Mal, also persönlich getroffen. Ich kannte den vorher nicht. Aber ein netter Typ, Also, er hat mich erkannt, hat mich schon begrüßt, kam auf mich zu, oder hat mich rangewungen, er hat ja gesessen. Äh, liebe Grüße, vielleicht hörst du das ja, ähm, war sehr angenehm, kurzweilig. Ja, aber ich habe ihn, da er ja nie vor der Kamera zu sehen ist, habe ich ihn logischweise nicht erkannt gehabt. Äh, 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 auch von mir Grüße, ich finde ihn auch cool. Äh, Hertha Geek, der, der ist auch witzig, der ist ja der aus, äh, ja gut, bei Deutschland. Wusstest du das? Ne, das wusste ich nicht. Gut, bei Deutschland, das, äh, habe ich mit meiner Ex früher immer, äh, geguckt, oder gucken müssen. Und der hat den Kinder-Anzieh-Sachen-Laden auf Malle mit seiner Frau und hat immer Hertha-Trikots getragen. Da dachte ich immer so, ey, stabiler Typ, ey, Herthane auf Malle. Und dann habe ich irgendwann mal in seinen Streamen mir den angeguckt und dachte so, ey, das ist doch der Typ auf 100 Prozent. Und der ist es. Der ist es. Aber was ist denn mit Mappy? Ach, Mappy ist ja da eine Aufzählung. Ja, sehr gut. Gibt es Mappy überhaupt noch? Mappy gibt es noch, natürlich. Mappy fehlt irgendwie. Der müsste doch auch mal, der müsste doch mal ins Stadion. Ich habe schon lange kein Mappy-Video mehr geguckt, aber schon richtig lange nicht mehr. Doch, doch, der macht das immer noch. Der ist nur älter geworden. Den erkennst du jetzt schon fast nicht mehr. Der ist älter geworden, und das riecht dich ja hier rein. Na gut. Aber ich glaube, man schafft auch nicht alles. Wenn man sich alle Podcasts und alle Streams anguckt, dann bist du ja den ganzen Tag dann beschäftigt irgendwie. Du musst schon, also wenn du, also das, ja, also ich mache das schon, wenn ich mal Zeit habe und im Garten sitze, dann ist das schon mal geil irgendwie, aber es überschneidet sich ja auch ein bisschen. Aber es ist auch witzig, finde ich, wie unterschiedlich die Leute das manchmal sehen. Das finde ich immer sehr witzig. gerade früher war das ja extrem, dass ich immer so mega optimistisch war. Und, äh, deswegen, äh, ist das schon geil, irgendwie sich da anzugucken. Gut. Aber wir hatten die Fahnen verloren. Und wir müssen ganz kurz zu deiner Frage zurück. Riese. Riese, genau, ja, da war es. Ja, 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 sehr gut. Und da hat er ja selber gesagt, dass er, dein Ziel ist es in der nächsten Ländership-Pause, also die er in vier Wochen ist, da wieder ins Zerilis einzusteigen. Und auch von ihm selbst, also jetzt nicht von mir oder irgendwelche Insights, oder was, keine Ahnung, sondern wirklich von ihm selbst die Aussage. Wir haben September, vier Wochen, ja, dann ist es schon so, wie lange geht die Hinrunde? Weißt du das, bis wann der letzte Hinrundenspieltag ist? 22.12. Ne, auf jeden Fall kurz vor Weihnachten. Rechnest du damit, dass er in der Hinrunde noch von Anfang an spielt, spielen kann? Ich, ich meine, er hat ja gesagt, gegen Braunschweig wieder, wieder im Kader stehen, glaube ich. Gefährliches Halbwissen. Vielleicht weiß ich nicht was aus dem Chat, aber er hat ja da auch selber so gesagt, dass er in die Ländership-Pause wieder einsteigen möchte und dann eigentlich im Braunschweig spätestens gegen Köln wieder im Kader senden will. Das wäre geil. Deine Aussage, nicht meine Aussage. Gut, mein Hase, dann lass uns doch mal auf den Tabellenrechner umschalten. Na, dann los. Weil, es ist ja wieder so weit, dass du deinen Meister findest. Hast du nur ausgewertet? Du müsstest mal, wenn wir das nächste Mal, was ist auf die Hauskabe für dich, wenn wir nächste Woche dann den nächsten Spiel machen, dann machst du eine kleine Einblendung von den beiden Tippspielen. Okay, ich mach den Punktestand. Nee, mach da einfach, kannst du, als Screenshot, all die Einblenden oder sowas? Ja, das kann ich. Ich werde es mir schicken und dann kann ich es auf den Rechner geben. Ja, das machen wir. Alleine, um dir die Tränen in die Augen zu treiben. Treibe mal, treibe mal. Achso, warte mal, das ist ein Düsseldorf, Hannover 1, was ist denn das? Ist das dein Tipp? Ne, was? Achso, das ist doch so ausgegangen, Mann. Guck mal, wie du mich schon wieder niedermachen wolltest und jetzt hast du erst gerafft. Scheiße, das ist ja so ausgegangen. Hätte ich mal ja gesagt. Das ist alles genau richtig, das ist einfach der geilste Typ. Geil. So, okay. Karlsruhe. Karlsruhe hat das Wieser-Kinder, weil Tom, er wurde nie auswertet. Das stimmt gar nicht. Wir wissen, ihr wisst es auch. Ich werde immer klein geredet von allen, aber dass ich eigentlich der wahre Professor bin, der übrigens schon letzte Saison die Aufsteiger richtig getippt hat, will ich nochmal nur hier ins Spiel bringen. Du hast St. Pauli getippt? Ich sage St. Pauli und Kiel getippt. Verrückt, was? Kiel, okay, aber St. Pauli hatte ich vor der Saison für Unmöglichkeiten. Naja, gut. Aber gut, die hatten ja einen extrem starken Trainer, muss man sagen. Ja, genau, Trainer, aber keinen Kader dafür eigentlich. Keinen starken Kader. Aber den Kader extrem gut eingestellt, aber St. Pauli, Erste Liga ganz kurz. Gerade die werden sangen und klanglos absteigen. Ich habe von einem Unioner gehört, da hat der 17. gegen den 18. gespielt. Fand ich erstaunlich. Das halte ich für sehr realistisch, die Aussage. Wirklich, also ernsthaft. War das Finale am Platz 17? Ich weiß nicht, ich finde so, Union, die haben Trainer, der kann das. Ist natürlich, eigentlich dürfen wir gar nicht darüber reden, weil das ist jetzt wirklich wie eine Ritter-Bär-Content. muss man sagen, also für jeder, der Bock hat, sich so diese geteilte Meinung über alles reinzufahren, guckt bitte nicht nur das Hauptstadt-Derby oder zieht es sich rein, sondern eher Biene-Ritter-Bär, weil da hast du mal komplett Maniacs, die aufeinanderprallen und sich niedermachen aufgrund von ihren Vorlieben. Ich glaube, dass der Bo schon jemand ist, der das schafft, mit so einer Mannschaft da auch mit Scheiß-Fußball die in der Liga zu halten. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es mir nicht vorstellen. Auch gerade, weil jetzt in den ersten beiden Spielen haben sie es ja auch schon wieder geschafft, aus wenig im Endeffekt doch vier Punkte zu holen, ist jetzt ja kein schlechter Start, muss man sagen. Also, ich glaube trotzdem, muss du können. und hast du Hürzele hat heute bei, oder gestern wahrscheinlich bei Sky ein kurzes Interview gegeben, hast du das gelesen? Ne. Da hat er die Frage gestellt, wie denn die Bundesliga in England hier sehen wird und hat er irgendwie erzählt, naja, hätte ich jetzt, oder ich habe ja am Freitag das Spiel Union wie der Pauli angemacht, die Halle war schneller leerer als man denkt oder als man sich vorstellen kann, das reißt da einfach niemand vom Hocker so ein Spiel. Hat er völlig recht. Hat er völlig recht. Hat er völlig recht. Hast du gehört, Florian Kohlfeld ist bei Darmstadt jetzt? Darmstadt. Aber auch relativ schnell so eine Lassung war. Also Darmstadt, klar, Fehlstadt, brauchen wir nicht überreden, aber nach vier Spieltagen schon Tränen aufzuschmeißen, ist schnell. Das ist schnell. Da muss schon gesehen worden sein, oha, da ist die Kacke wirklich am Dampfen. Gut, Karlsruhe, unsere Freunde spielen gegen den Klub aus Gelsenkirchen, der nun nicht gerade als Freundschaftsklub von uns bekannt ist. Insofern, die Präferenz ist klar, würde ich sagen, was wir wollen, aber glaubst du auch, dass das so eintrifft? Ja. Schalke ist für mich noch ein bisschen irgendwie unberechenbar. Manchmal ist es ein Spiel, wo du denkst, wow, geil, und dann noch spielt er wieder, ach nö, was machen die denn da? Und die haben auch eine enorme Unruhe im Team, was man so liest, so mit ihrem Trainer und so, da brodelt es schon wieder. Ich glaube, Karlsruhe zieht das Ding, die sind auf Platz zwei, das ist genau der Hype, den du brauchst irgendwie, du hast ein Heimspiel. Schalke, im Team, wie gesagt, alle machen sich so ein bisschen an, das passt einfach nicht und deswegen, Karlsruhe, ihr winnt das Ding, 3-1. Dann zieh erstmal durch. Gut, Münster gegen Paderborn, Paderborn, ja, mein, äh, zweiter Aufstiegstipp für diese Saison, ähm, starker Trainer, Münster unter Ferner Liefen, das machen die 2-0. Darmstadt gegen Braunschweig, das ist wirklich, das absolute Top-Spiel. Not gegen Elend. Not gegen Elend, ähm, die Tabelle unten bei Darmstadt ist ja noch nicht zu Ende, wenn ich jetzt noch weiter nach unten scrolle, sieht man, da ist tatsächlich noch Eintracht Braunschweig mit minus 12, 3 zu 15 Tore. Florian Kohfeldt, ich glaube, das ist dieser Kohfeldt-Faktor, wenn der kommt, wären die erstmal gut, offensiv, eingestellt, traditionell fangen die auch viele Tore, aber nicht gegen Braunschweig, ich glaube, das ziehen die und gewinnen das Ding 2-0. Hannover gegen Lautern, das ist jetzt wirklich, äh, ja, Hannover auf dem 8., Lautern auf dem, nee, auf dem 9., Lautern auf dem 10., ich fand Lautern gegen uns schon, also hätte ich nicht gedacht, dass die so, äh, mit so einer Passion spielen, das gibt ein Unentschieden, 1-1, die holen einen Punkt, Ulm gegen Nürnberg, pah, ja, da kann ich wirklich überhaupt, also da habe ich keine Ahnung, wie dieses Spiel ausgeht, deswegen sage ich 1-1, ähm, Köln gegen Magdeburg, Köln zu Hause, ich finde, ich habe Köln irgendwie nicht auf dem Kasten die Saison, dass die, ich weiß, dass du die als Aufsteiger genannt hast, ich habe von Anfang an gedacht, nee, das glaube ich irgendwie nicht, sind jetzt auch nicht schlecht gestartet, aber gegen Magdeburg ziehen die das Ding, das wird aber viele Tore geben, 3-2, HSV gegen Regensburg, Regensburg haben es gegen uns sehr gut gemacht, fand ich, Hamburg, Hamburg, wie immer, wenn die nicht am Anfang gleich irgendwie überzeugend spielen, kann das auch durchaus doof werden, wenn Regensburg gut steht und die gleiche Welle spielt wie gegen uns, dann könnte das eine Überraschung geben, sage ich mal, und ich hau jetzt einfach mal gegen die Raute einen raus, das wollte ich auch machen, ich hau einfach raus, Regensburg gewinnt das Ding in Hamburg 2-1 und es ist wieder Tal der Tränen in Hamburg, Fürth gegen Elversberg, Elversberg eigentlich, muss man sagen, stärker als ich gedacht habe, ich dachte, die kacken ab, nachdem hier der der Wanner weggegangen ist, aber so schlecht sind die nicht, aber Fürth ist oben dabei, das lassen sie sich nicht nehmen, die gewinnt 2-1, ja, und jetzt kommen wir zu Hertha, Hertha gegen Düsseldorf, unsere Jungs schwimmen auf einer bodenlosen Euphorie-Welle, sage ich mal, also wenn ich jetzt ganz ehrlich wäre, würde ich 2-2 tippen, aber ich glaube einfach, dass wir diesen Geilheitsfaktor jetzt drin haben und wir schaffen das und gewinnen 3-2. Pam! Da fehlen dir die Worte, war, hast du gleich dein Mikrofon rausgezogen, weil du das so geil findest, die Tipps. Ich höre dich nicht mehr, mein Schatz. Dicker. Man hört dich nicht mehr. Ich höre dich nicht. Warum nicht? Wähl dich nochmal rein, vielleicht bist du irgendwo raufgekommen. Ich schmeiß dich mal kurz raus und rede jetzt erstmal kurz mit dem Chat, wie geil meine Tipps sind. Was würdet ihr sagen? Sind die nicht überragend gut? Flo! So sieht's aus, Jimmy BSC. Das Spiel der Woche, ach Kacke, habe ich gar nicht gemacht. Ja, ist richtig. Warte mal. Wann, Alter. Warum sagst du das nicht gleich, Jimmy? Wo ist es denn? Da! Ja, hier ist es. Das Spiel der Woche. Was machen wir denn jetzt? Rufen wir ihn an? Soll ich ihn anrufen? Chat, was sagt ihr? Da ist er! Hallo? Wieso höre ich dich denn nicht? Ich höre dich nicht. Verdammt. Warte mal. Ne, ich habe überhaupt nichts bei dir. Ich ruf dich mal an. Damit wir diesen Stream zu Ende bringen. Ich bin doch schon wieder am Arsch. Das dauert doch wieder viel zu lange, Leute. Wir machen das wie früher in einer Hitparade. Dennis. Du hast dich selber gemutet. Jetzt sehe ich es. Du bist auf irgendeinen Mute-Button gekommen. Ich ruf dich einfach an. Dann habe ich dich im Bild und du machst es über Telefon, mein Schatz. Das klingelt. Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Du hast dich gemutet, mein Schatz. Ne, ich habe... Da kam eine Anzeige. Wollen Sie das jetzt testen oder so ähnlich? Versuch es noch einmal. Ich glaube, ich habe den Fehler. Okay. Ja, jetzt höre ich dich wieder. Ja, super. Du hast wieder irgendeine Pornhub-Werbung angeklickt. Solltest du lassen. Richtig. Wenigstens im Stream. So, also überragend gute Tipps. Wird wahrscheinlich komplett schief gehen. Dann fangen wir doch mal an. Fangen wir doch mal oben an. Karlsruhe gegen Schalke. Ich sehe gerade nichts, aber... Oh, Barton, Entschuldigung. Ich muss sagen, du hast nachschauend gute Tipps gemacht. Also für dich zumindest. Weil ich habe viele Sachen... Eh nicht viele. Ich habe es vielleicht auch das 3-2. So ein abgehobener Sofa-Fachmann wie ich. Das ist eine Frechheit. Aber gut. Ich habe auch das 3-2 von Hertha Düssel. Da habe ich auch 3-2 getippt. Ich habe auch... Ich fange mal unten an. Ich habe auch den 4. Sieg gegen Elversberg. Allerdings ein bisschen höher. Ein 3-1 getippt. Okay. Und ich dachte mir, ich bin jetzt... Ich haue mal einen raus, mache eine völlige Überraschung und will einen Außenseiter-Tipp machen bei Hamburg in Regensburg. Allerdings würde ich auf 0-0 gehen. Wenn das für dich die große Überraschung ist, das halte ich für unwahrscheinlich. Dafür sind die Hamburger... Ja gut, aber ich sage mal nichts. 0-0. Köln-Magdeburg. Auch da bin ich wieder bei dir. Aber ich mache eins weniger. 3-1. Okay. Ulm gegen Nürnberg. Ulm gewinnt mit 1-0. Okay. Hannover schlägt Kalderslautern mit 2-1. Okay. Darmstadt-Braunschweig. Ja, das ist halt neuer Trainer. Aber ich mache mal 0-0. Mhm. Münster-Paderborn bin ich bei dir. Und Karlsruhe... Also muss ich anders sagen, ich muss das machen. Warte, ich mache ein 1-3. Bei Münster. Bei Münster. Bei Münster. Nee, nee, bei Münster 1-3. Okay. Und Karlsruhe gewinnt 2-1. Okay. Ja. Ja, okay. Ist ja doch ein bisschen anders, aber man merkt einfach, dass wir krasse Auskenner sind. Muss man einfach sagen. Ist einfach so. Ist einfach so. Und wir werden fünfter. Und genau, wollte ich gerade sagen, dann schauen wir mal auf die Tabelle, wie es dann aussehen würde. Es würde gut aussehen, Leute. Und zwar, ich schiebe mal die ganzen Fenster hier beiseite. Das wäre im Endeffekt so, dass wir... Warum sehe ich das denn jetzt nicht? Ah, okay. Ich schiebe es mal noch da. Ah ja, jetzt sehe ich es. Wir hätten 10 Punkte. Karlsruhe hätte 13 Punkte. Paderborn 11. Oha. Es wird ja immer knapper. Wahnsinn. Ja. Wäre geil. Also wir können nur hoffen, dass es so ausgeht, weil wenn es jetzt mal so ausgehen würde, dann ist der Abstand halt schon 6 Punkte. Das wäre nicht gut. Also wie du schon gesagt hast, verlieren ist eigentlich verboten. Das ist eigentlich das Motto des Spiels. Verlieren verboten. Aber vielleicht sollte man den Druck gar nicht so aufbauen. Da ja alle Spieler immer die Strickloge gucken, wie ich weiß, muss man sagen, Leute, Küsschen auf die Eichel. Ist uns egal. Hauptsache ihr spielt geil. Das muss ich wirklich sagen. Und das will ich wirklich nochmal als letztes sagen, dass dieses Lauternspielen, mir hat das so gut gefallen, alleine mal wieder die Hertha so zu sehen. Es war gegen Magdeburg letzte Saison ja auch so, dass es wild war. Wir haben das verloren. Aber ich fand, da war die Enttäuschung bei mir auch nicht so krass, weil es halt einfach ein geiles Spiel war. Ich finde es viel schlimmer, wie so eine Spiele gegen Osnabrück. Oder was auch gegen, was war denn das gegen? In Hamburg. Na, in Hamburg, das war noch ein bisschen anders, weil da hatten wir halt keine Chance. Aber wir hatten letzte Saison dieses Spiel gegen, was war denn das? Ich glaube, es war gegen Magdeburg das Rückspiel, wo man so dachte, ey, da ist überhaupt kein Einsatz. Oder sie sind auf den Platz gekommen und man dachte so, Alter, du musst aber auch schon ein bisschen wollen irgendwie. Und also deswegen gar nicht ansprechen, dreimal auf Holz, dass diese Zeiten hinter uns liegen. Ey, ich würde sagen, das war ein fantastischer Stream. Es hat mir großen Spaß gemacht. Gehe ich gerne so zurück. Ach, bringt ja gar nichts. Ich wollte gerade sagen, für alle, die es auf YouTube sehen, ihr müsst euch den zweiten Teil angucken. Aber wenn sie das hören, dann haben sie den ja schon angeklickt, weil es werden jetzt zwei Videos rauskommen, weil der abgebrochen ist. Aber das werden die Leute schon raffen, würde ich sagen. Zutrauen in alle Schnoddles, die sich das angucken. So, jetzt ist Zeit. Du kannst dir jetzt noch ein Cuba Libre eingießen, dich nach hinten lehnen. Und ich freue mich, dass Henry nicht jetzt neben dir sitzt und sagt, so, jetzt machen wir noch den nächsten Podcast, sondern... Mittwoch machen wir den. Wollte ich gerade fragen, wann können wir denn mit neuem Content rechnen? Am Mittwoch. Mittwoch, Nacht. Wir fangen 20 Uhr an, nehmen wieder zwei Stunden Minimum auf und dann wird er noch geschnitten, gebastelt, Videobeschreibung oder Podcastbeschreibung. Und wenn man Donnerstagfrüh den aufsteht oder Nachtschicht hat, kann man sich den sehr gerne anhören. Das werden wir natürlich machen. Und ja, ich bin schon gespannt. Ihr macht ja, glaube ich, wieder so eine Kumpelreise. Das wird sich ja wild werden. Wild, wild, wild. Gut. Wir gehen mal alles. Das soll es gewesen sein. Dennis, ich danke dir. Es war einfach eine große Freude, dich mal wieder zu sehen. Leider wieder nur so. Wir müssen mal privat reden, dass wir uns mal wieder in die Arme nehmen können. Vielleicht nicht im Stadion und nicht im Stream, sondern an irgendeinem Tisch mit einer Tischdecke drauf. Das sollten wir hinkriegen, mein Freund. Der Sommer ist bald vorbei. Aber ja, sehr gerne. Wir warten doch immer noch auf unser Essen gehen mit Tom. Genau. Er hat ja gesagt, er hat gesagt, wir müssen ausharren. Er ist fast am Ende. Ende September, meint er, kann er wieder. Schauen wir mal. Er ist fast am Ende. Er ist fast am Ende. Und wenn wir es im Knast machen, wir machen es. Okay. Küsse gehen raus. Also, Leute, macht's gut. Vielen Dank. Haohé. Und wir sehen uns nächsten Montag, 19.45 Uhr, hier mit Dennis. Und am Mittwoch, Tom ist nicht da. Der macht was für seine Leber in Rom. Deswegen wahrscheinlich kommt Joel und wir machen auch nochmal einen kleinen Qualitätsstream mit unserem Optimisten. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute. Haohé. Ciao.